So, da komm, der CS, der CS-Gons. Was meint ihr jetzt eigentlich mit dem Sound? Ist der geil oder ist der geil? Dada, dada, uralt und das ist von dieser Show mit diesem Mann, der hat eine Brille, er ist recht dünn, er ist überall drauf auf dem Kapper, ich weiß es nicht. Diese Sachen kamen eben rein, die Capillari, Capillari ist richtig geil, vielen Dank dafür. Ja gut, Call the First, spielst du mit zwei im Stream?